So. Meins. Erstmal, das, ja. Aufnahme und Screenshot in Warface sind halt genau das gleiche. Toll. Ja, das ist natürlich scheiße. Da kommt wieder der Heli, ey. Habt ihr eigentlich, ich hab da voll die Bildfehler hier drin, das ist voll krass. Ah, da kam eine Granate von da hinten. Ja, würde ich nur sagen, obwohl ich Sunny bin, kill. Alter, what the fuck. Aber ich hab den Modus noch nie so richtig gespielt. Der ist richtig, richtig cool. Äh, ja, okay. Ja, jetzt hab ich wieder gecheatet. Ach, deine Mutter hat gecheatet. Oh, da hat er das Cortana. Allerdings auch, wenn es den Schaden zurückzieht, ist es ein Schalldämpfer in dem Modus eigentlich echt unbedingt notwendig. LOL. Da hat er mir gut eine mitgegeben. Ich hab grad eine Steam-Nachricht bekommen, kann aber nicht. Wer schreibt denn? Ja, wer schreibt denn? Ja, wer schreibt denn da? Weiß ich nicht. Du weißt nicht. Weiß es nicht. Schön leise sein. Erst mal Marker abziehen, ey. Ja, wer nachlädt, stirbt. Alter. Wer liegen bleibt, stirbt. Okay, erst mal nachladen. Generell erst nachladen. Ähm. Ja, wie sie wieder alle oben auf den Bechern... By the way, John, wenn ich nachlädt, stirbt übrigens auch. Ja, das auch, ja. Ich krieg gleich wieder einen reingedrückt von wegen nice cheat. Weil das war schon eine krasse Distanz, auf der ich den da weggeholt hab. Das ist dumm, dass wir bei dir die Turn-On's kassieren, wenn sie zu doof dafür sind, ne? Da hängt, äh, da... Da hängt die, da drin, die alte Foot. Warte, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Für den Modus muss ich das Spiel eigentlich echt mal ein bisschen lauter stellen. Ja, ich werd fürs Rendern auch den Sound lauter machen. Boah, Mann, ey. Grad Leine Unterbrechung gehabt. Und jetzt... Was ist das denn? Natürlich gleich... Loan. In der Unterbrechung weggesnackt. Alter, die Kugel geht einfach direkt in seinen Kopf. Also, ne, mit diesem Modus komm ich hier überhaupt nicht klar. Ja, es ist nicht gerade so leicht und auch nicht typisch Warface, aber ich find's halt ganz geil, mal zur Abwechslung. Der hat mir aus dem Sprint mit der Sniper mitgegeben. Der hat nicht gezielt, der hat gesteckt. Wie leg ich mich denn auf den Boden? Wie leg ich mich denn auf den Boden? Hat er geschossen. So. Also, bei mir ist es X, aber wie es bei dir ist... Also, ne, das geht nicht. Keine Ahnung. Geht nicht? Das geht nicht, nein. Das ist so ein Wichser, der Typ. Ne, das, das, das ist echt nichts für mich. Oh Mann, ey, das gibt's ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ne. No Chains. Boah, was für ein... ey, das ist ja echt ein richtiger Low-Bob-Camper, ey. Was ist das? Was ist das? Oh, ja, ja. Alter, wie sie direkt ankommen. Ja, aber wir sind alle, glaube ich, gerade nicht so gut. Also, wir waren schon mal besser. Ich hab noch gar keinen erwischt, das ist halt echt... Ja, ich mein, das erste Mal den Modus da hab ich aber auch richtig verkackt. Ich hab rumgelackt beim ersten Mal, wenn ich mich recht entsinne. Also, so wie immer. Ja, genau, du kannst es einfach so stehen lassen. Du kannst es einfach so stehen lassen. Schauen wir uns deine Killcams an. Immer so wie so ein Gartner. Aller besser als deine. Immer wie so ein Gartenschlauch, auf voller Leistung. Und keiner hält ihn fest. Hauptsache geht nicht ins Gesicht. Jordan, ich kann immerhin, ne? Ja, wie ein Gartenschlauch. Oh, shit, hier hat es kaum... Besser als du drei Mikrolytik bist, Jordan. Oh, ich lauf im Kreis. Köstlich. Jordan, Turnroom ist eigentlich was anderes. Oh, hi, Trent! Hi. Oh, dacht wiedersehen. Ah, ist gesnackt worden. Ha! Hä? Das gibt's nicht, ey. Gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Du bist ja da! Ah! Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ja! 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 LoL! Oh, das war'n gediegener Double. Sagen wir Triple! NEIN! Alter, du wurdest katanert, ey. Schon zum zweiten Mal. Ja. Er kam halt ausm Schatten gesprungen, wie so'n richtiger Ninja, ey. Oh ja! Ähm, ja, ähm, Problem. Gammeln doch direkt hier irgendwo wieder an den Kanten ab. Diese Camperfotzen. Glaub ich, sie hat auch gleich hoch. Nope. Nope. Ich leg mich irgendwo, ich guck mal hier nach nem Bett und leg mich da rein. Mach das! Vielleicht findest du ja so noch jemanden. Boah, jemand findet dich. Und du machst ihn weg? Eher das. Eher das. Also... Der sieht mich... Der andere sieht mich auf jeden Fall vorher. Das ist eins, was klar ist, ne? Ja. Das ist wohl wahr. So true? So true. Ich hab' einen. Ich krieg' die Krise. Jawoll. Hast du auch die Marke aufgesammelt? Ja, klar. Sehr gut. So, jetzt hab' ich's aufgesammelt. Da war ich ein bisschen zu schnell. Aber nee, ich hab's aufgesammelt. Eieiei, da lauf' ich wieder im Camper-Busch entlang. Meine KD ist ja negativ, aber immerhin kann ich sagen, ich bin grad besser als Jordan. Gerade für nen Moment. Jetzt hab' ich's getradet. Ja, 50 Punkte gerade so, ja. Äh, besser als besser, Jordan. Oh, hi. Fuck you. Ach, da war noch ein Zweiter. Naja, dann hab' ich die Marke gekriegt. Ja, Full-Body-Shot. Aber ich hab' ihn geholt. Nachladen. Ja, tut mir leid. Und, bei'n dritten? In zweiten. Ich weiß nicht, in zweiten. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Geht hier nur noch vier Minuten. Jojo. Kriegen wir alles hin. Immerhin. Aber ich glaub, Tramp zuliebe sollten mit diesem Modus echt nur zu spielen, wenn wir zu zweit sind. Oder, Jordan? Ja. Oder vielleicht einfach mal sagen, hier, Tramp. Ich übe mal. Du hast'n Schalli drauf, oder? Ja. Auf die Entfernung? Mit fünf, sechs Schuss. Auf jeden Fall, Niklas. Hast du sonst noch irgendwas an Attachments auf der Waffe? Äh, Visier, Griff und Schalldänfer. Das hab' ich dran. Krasse Sache. Deshalb verzieht meine Waffe auch nicht so stark. Ja, ich hab' auch vorderen Handgriffe, alles. Aber trotzdem. Ich hab' vorhin hinter nem Sniper gestanden und hab' dem in den Kopf geschossen. Und ich krieg' halt so nen Mini-Hitmarker. Aber ich mein, das sind halt auch alles so hirnlose Affen. Vielleicht deshalb. Ja. Ja, ich spiel' aber leider auch so gut wie gar keine Shooter momentan, muss ich sagen. Das letzte, was ich gespielt hab', war Battlefield 1-Kampagne. Also das kannst du ja nicht wirklich hier vergleichen. Boah, ey, diese Dachrocker. Carlson vorm Dach ist wieder aktiv, John. Ach, geil. Ach, geil. Ein kleiner Tipp noch, was easy, was easy Punkte gibt, ist, wenn du ne Claymore ausrüstest und an dem Punkt, wo du spawnst, ne Claymore dann immer hinsetzt. Okay. Packt mich doch nicht ab, ey! Ja, genau, ich leg' mich aufm... Ach, fickt euch doch. Weißt du, was das schön ist? Der Typ hat dich abgesnickt, ansonsten hätt' ich dich... Ich reiß' hier sowieso nix mehr, von dem her. Äh, lol. Hä? Für was hab' ich denn jetzt nen Kegel? Achso. Nein! Ich hätt' nur die Karte einsammeln müssen. Okay, krass. Alter, ich seh' aber auch gerade so wenig Leute hier. Die sammeln sich, glaub' ich, alle dahinten. Ganz klar, Suicide. Näh, näh. Grunz. Großes Grunz. Oh, jetzt hab' ich wieder ausgeglichen. Meine innere Mitte gefunden. Ähm. Wahrscheinlich... Sure! Ehrlich, Junge, wenn du nicht aimen kannst, dann... Lol! Boah! Ich wollt' grad' sagen, ey. So. Dann wär' der auch mal weg. Aber leider hat er seine Münze auch reingesammelt. Der Hurensohn! Ich geb' ihm in den Kopf! Mini-Hitmarker! Bumst ihm seinen Arschloch weg. Boah! Ja, 1311, ganz ehrlich, wenigstens positiv. Ey, dieser Skeros, ne? Der spielt doch nicht normal. Ja, der hat diesen Drecksrevolver, der ist schon ziemlich übel. Und so viele Marken wie der einsam... Ja, genau! Mit ner Mac-10 und Schalldämpfer. Ein Schuss, ich bin weg. Noch nicht mal nen Headshot. Haben wir's gebaut. Aber eigentlich muss ich sagen, so an sich ist das echt cool gemacht. Ja, was ne Schwule-Sau. Auf die Marke ne Claymo gelegt. Also Chapeau! Doch so... Egal, 1311... Ja, John, ich will's ja nicht easy sagen, aber... Star Wars, Star Wars 1313... Du bist nicht... Du bist erster... What? Ne. Ich bin dritter. Dritter, ich wollt grad sagen, ja. Ich wollt grad sagen, also du... Das wär's jetzt gewesen. Ich glaub, das hätte ich richtig abgefuckt. Ich glaub, wenn du jetzt erster gewesen wärst, ich hätte das Spiel deinstalliert. Ja. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Folge Warface. Vielen Dank fürs Einschalten, wenn euch die Folge gefallen hat. Daumen nach oben hinterlassen. Abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal bei Warface Multiplayer. Ciao und haut rein! Hast du Teil nicht noch vergessen? Ne. Ne. Alles gut. Ich mein, das ist nur für uns. Es gehört uns. Alles uns. Alles uns. Boah, wie viel Punkte ich gemacht hab. Aber ich glaub, so viel Lust auf Warface hab ich jetzt heute ganz ehrlich. Alter, wie viel... Okay, ich würd noch... Ich würd noch... Wenn überhaupt noch mal vielleicht noch mal vernünftigen Modus spielen, den Tramp auch kann, weil so viel Schulden wie ihm. Ja. Dann spielen wir... Welcher Modus war denn, bevor wir immer so extrem gehoogelt haben? Das mit dem Einnehmen der Punkte? War das Sturm oder... Sturm. 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 Sturm.